Willkommen zurück zu SimCity Build It. Es ist eine ganze Weile her, seitdem wir wieder on waren und es hat sich auch einiges getan. Hallo Bürgermeister, haben Sie die neuen großen Seen in der Landschaftskategorie bemerkt? Sie passen echt gut zu den Belohnungen aus Bürgermeister-Passe Saison 2, Venedig. Versuchen Sie damit Kanäle zu bauen. Oha, jetzt gibt es nicht nur den See, sondern auch den... uff, den richtig großen See. Jetzt gibt es Teich, See und großer See. Okay. Ja, und wie angesprochen, Bürgermeister-Passe Saison 2, Venedig. Und übrigens 2000 Punkte fürs Erste. Wir haben ihn ein bisschen schwächer gemacht, sag ich mal. Ich guck mal kurz. Oh, aber es gibt immer noch ganz viele Sachen. Also, ich hab gelesen, man muss ein bisschen weniger Punkte bekommen, um alles zu haben. Boah, das Ding hat ja gar kein Ende. Und es laggt. Es laggt richtig. Hallo? Ich würd gerne nach hinten. Okay. Gucken wir mal hier bei 76. Okay. 85. Ah ja. Und es gibt immer noch ganz viele Aufgaben. Na ja, gut. Dann nehmen wir mal hier einen Tagesbonus. Okay. Okay. Irgendwie lag das gerade ziemlich. Na ja. Okay. Ähm. Schauen wir mal in Heinzstadt vorbei. Ähm. Schauen wir mal in Heinzstadt vorbei. Ähm. Schauen wir mal in Heinzstadt vorbei. So, da sind wir. Oh, ich seh grad, mein Lager ist voll. Also, können wir ja gar nichts kaufen. Aber ein Geschenk. Bisschen Sahne. Kann gut tun. Okay. Dann, ähm. Upgraden wir erstmal ein paar Häuser. So. Zwei Stück kann ich da machen. Erstmal hier auswählen. Gibt's da was? Zum Upgraden von Häusern. Zum Upgraden von Häusern. Stadtbereich erweitern. Hammer herstellen. Katastrophengebiete aufbauen. Goldene Schlüssel. Pariser Gebäude und London Gebäude. Ausbauen. Das ist aber kein London Gebäude. Okay. 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 So, mal gucken. Was ist das? London Town Gebiet. Okay. London Town da. Jochen Kram. So. 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 Oh oh. Feuerservers? Mist. Okay. So. Ich habe die jetzt hier aufgestellt. Jetzt gibt es keine Probleme mehr. Und wir müssen dringend was loswerden. Irgendwas. So. So. Da bin ich wieder. Und ja, das Game läuft auf jeden Fall flüssiger. Nee, danke. Ähm, ja. Ich habe es halt ein bisschen optimieren lassen. Schon tausend Punkte. Und hier haben wir schon die Hälfte erreicht, oder? Ja. Okay. Pariser Gebäude ausbauen. Kann ja nicht schwer sein. Oh. Hoppla. Okay. Baguette. Ah ja. Und Holz und Pullover. Da. Da haben wir noch ein bisschen Geld. Ich könnte das hier leider, äh, ich kann das leider nicht einsammeln. Kann man das erhöhen? Nein. Doch. Kann ich. Okay. Ähm. Ja, dann brauchen wir glaube ich jetzt ein bisschen Stahl, Plastik und Holz. Und Holz. Dann können wir das hier schon upgraden. Und dann das hier. Oh nee, jetzt gibt es eine Parade. Jetzt leck das wieder. So. Und das hier noch. Ja, jetzt geht es endlich weiter. Ah ja, jetzt kann ich auch Farbe. Die Uhr einsammeln. Komm ich auch noch ein bisschen weiter. Oh nein, jetzt hängt sich das Spiel so langsam wieder auf. So. Ich glaube es hakt. Okay. Ich glaube ich sollte definitiv hier kürzere Strafmann, aber äh, ja. Ich habe das halt extra so gemacht. Und das läuft ja auch ganz gut an sich. Okay. Da müssten wir mal die Straße ausbauen. Und hier. Ja. Dann, äh, läuft's auch schon. Können wir hier was machen? Ach so. Ah. Was? Als ob solange ein Wohngebäude aufgebaut wird, kann man keine Desaster machen. Aber okay. 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 Tokio ja noch nicht. Ach, schade. So. So. Was fehlt denn? Ohr, Plastik, Stahl, Holz, Maßband, Holzhut, Stahl, Holz, Baguette, Maßband, Samenpullover, Holz, Holz, Okay. Okay, ziemlich viel Holz dabei. Und Stahl auch. Noch ein Holz. Okay. Ähm. Können wir irgendwas für einen Berg machen? Boah. Boah. 700. Okay. 10.000. Wie viel so? Gemütliche Hütten. Okay. Okay. Dann, dann mach ich mal die gemütliche Hütten. So. So. Vier. Ach, ach so. Man muss sich da quasi so eine Art hochleveln. Damit man das freischaltet und das hier. Ah, jetzt geht's richtig los. Okay. Oh. Mach mal. Cool. Der Berg ruft. Ich weiß gar nicht, was ich hier als, äh, Name des Videos machen soll. Berg ruft oder ich glaube, es hakt. Ja, okay. Bergbahnhof fehlt dafür. Bergbahnhof, Bergbahnhof. Alles klar. Oh. Guck mal hier. Da kommt ne Bahn. Aber ich hab leider keinen Platz für nen Bahnhof. Bleibt die dann da stehen? Geil. Als ob die da lang fährt. Und dann? Okay. Sie bleibt stehen. Sie kann einfach umdrehen. Alles klar. Ja, nice. Okay, da wir jetzt wieder Platz haben, gucken wir mal bei Heinz vorbei. Ich hab ein paar Sachen gesehen, die mir, äh, schon, schon gefallen würden. Weil ich damit vielleicht auch weiterkommen würde. Zum Beispiel das und das und den anderen Kram einfach so. So. Stahl. Stahl. Stahl ist fertig. Hier brauche ich. Hier brauche ich vier. Eins. Vier. Okay. Ich hab mal. Hier. 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 hier und wir haben ein level aufstieg und wir haben eine fabrik freigeschaltet direkt mal die beste hingesetzt kostet zwar viel ist auch egal erst mal nicht bewerten herzlichen glückwunsch bürgermeister sie können jetzt mit den neuen gepaaren tempomarkt noch schneller objekte erstellen okay stellen sie in ihrer stadt tempomarken her okay und wie mache ich das bürgermeister auf sie wartet etwas legendäres beginnen sie mit dem bau ihren ihres ersten legendären gebäudes okay legendäres projekt ach du schon aufgaben anzeigen okay das ist also das ist ziemlich groß okay kann ich einen punkt abgeben okay ich brauche noch mehr alter die folge ist richtig ereignisreich und und auch schon ziemlich lang ach komm ich gern ich bin es euch einfach oh man es hakt ganz doll so einfach einfach da rein schmettern das ist echt gut noch mehr spezialisierte gebäude aufbauen um noch mehr aufgaben zu bekommen okay das ist schon mega lang aber naja ich mach das hier mit den im nicht mehr legendäres projekt oder Nein, nein. Bitte nicht. Eins, zwei, drei, vier. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt. So, und ich habe gesehen, wir können den Upgrade-Ausbau. Ja. Vutum Stufe 6. Meteoriten Stufe 3. Dafür brauchen wir 7. Tornado. Okay. Ähm. Ja. Okay, das war's mit der Folge, Leute. Die ist auch schon megamäßig lang. Also. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr sehen wollt, was aus dem legendären Projekt werden soll. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Ja, ich weiß, ihr werdet mich jetzt alle anmeckern in die Kommentare, warum machst du so lange Folgen? Äh, wir haben noch was zu tun. Wir haben nämlich hier noch was, nämlich Stadtbereich erweitern. Und hier kann ich den Stadtbereich erweitern. Ja. Hoppla. So. Wunderhübsch. So, dann wollen wir das hier mal ansprechen. So. Die mal in Anspruch nehmen. Ich meine, 3.000 Simoleons sind doch einiges. Und dann wohin mit diesen vielen Platin-Schlüsseln da oben. Die hier. Äh. Ich zeig euch, wohin. Bildung. Und Uni-Ruderzentrum. Mega groß. Komplett aus dem Ruder geraten. Haha, kleiner Scherz am Rande. So. Und dafür bekommen wir jetzt welche? Nee. Hier kann man nämlich auch noch Punkte verdienen. Okay, das war's jetzt aber wirklich mit der Folge. Bis zur nächsten und tschüss.